Tunis so erhältlich Prozent da ich habe auch eine Schlucht gefunden in der Schlacht und dann bin ich auch gelöscht in Gang ob ich eben ein ganzes Holz geopfert Kuhn guck mal darunter das auch nur Schluchten Oh ja, oh ja. Scheiß Fledermausel. Ja, ne? Der Jannis hatte doch meine, äh, äh, Licht dabei, oder? Ja, der Jannis hat auch Licht dabei. Nur der Jannis, der ist einen anderen Weg gegangen, du. Ja, dann komm ich halt. Schlag dich. Oh, hier ist noch eine IP. Der Fledermaus, das passiert ja meine Töte. Nix. Nix. Ja, die sehen jetzt irgendwie 3DEA aus. 3DEA? Ja, 3DEA. 3DEA. Das ist ne ganz so tiefe Schlucht. 3DEA. Äh. Ah, da ist auch der Alex. Ja, ich bin grad bisschen am Ausleuchten. Nitsa, Nitsa. Nitsa, Nitsa. Nitsa, Nitsa. Nitsa. so ich habe über ein stack kohle also das hat sich ja gelohnt oder aus eisen und gar ein neuner wirklich an uns ist heute wird noch und kann sagen die 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 eigentlich für kohle hier 1 da ist ein Netz über wir hatten ja weitergegangen wir sind im kreis gelaufen kann man die Fledermäuse töten ja ein Schlag muss halt nur treffen ob bei den tiefen Schnuppern oder nicht oder nein ich glaube nicht Fledermäuse töten super, das bin doch nicht ah, tot da ein Schlag um die ja, der erste Schlag war tot das war immer den ersten Schlag tot im ersten Versuch, wo ich es geschlagen habe wer war dafür, wir gehen mal hier in die Schlucht besuchen, oder? ja, dann fang doch schon mal an da wollte man ja die Rehnseite der, der baut kaum noch was ab ich habe gleich keine Achsen, äh Hacker mehr das mein Gang auch feinlich in den Lager ein paar wenn ich dich noch vorbeschlagen das ist das Problem aber ich habe schon auch gesehen und wo auch hoch ganz übel das sei ich nicht mehr Prozent hat jemand von euch da wird wenn ich zufälligerweise dabei ja hier ich habe eine Truhe dabei war da oben und hast du mitgenommen 9 kommen das ist jetzt so einfach ich freue mich aus haben gut daneben das wird nicht machen hat der Flächen größte aber ich habe überhaupt gar nichts mehr so sieben da und dann alles in einem oder ich denke alles teilen oder und hat aber noch was gab ich weiß nicht einmal einen erbungen er ja nicht er ja nicht Prozent ob wir alles teilen Prozent die wir heißen hast du noch nicht wie viel Kohle hast du ein Mann ich bin dagegen dass wir teilen das ist nur zu meinem Nachteil und haupten Banken gehabt ich habe ein paar Jahre hier ist ein kleiner Zombie ein 20 eisen und über ein Steck Kohle das ist zu meinem Nachteil ich habe auch über ein Steck Kohle gehabt jetzt wieder wenn du es zu deinem nachdenken ist alles zu deinem Vorteil ist hier cool oder es geht hier ab Uuuhu keine Ahnung du versuchst dich in die Schlucht zu graben ja ich will dich da runterfallen RLMTV hat das Spiel verlassen keine Ahnung warum grabe ich mal weiter äh ich bin da ja ich kann weiter kommen gut äh dann sagt man die Schlucht zu sehen ja äh wenn ihr jetzt in Richtung meines Namens grad müsstet ihr drin sein ja du stehst über mir ja ich glaube das war es nicht natürlich geht es auch nicht drin wo der Jans macht auch die einfache Art in Beine am Bausch hier mal zu ähm ja Moment mal kurz ein Zombie oder das wieder hierbei gelabert ich so was soll ich nicht sagen was soll denn also ich bin drin ja ich auch noch mehr da da ist kein Ziel da war gerade ein Ziel ja, wo ist das? da ist ein Creeper oh, äh, ja, da ist ein Creeper jede Menge Lava oh, der hinten ist Kohle ich schieße einen du versuchst in Lava zu schwimmen ah alter ich hör das nur so hinter mir los, du was war das denn? ein Creeper ein Creeper die kommen da unten raus sie kommen da unten raus siehst du die denn da nicht? ja, sicherlich ich hab' ja nicht so warm gemacht ich hab' nur das Geräusche das zischen gehört und dann ist auf einmal alles dunkel geworden oh, sehr gut äh ja gut bei mir ist grad ein bisschen kacke oh, hä? hast du das gerne verholten? was? äh ich starte komm' nochmal raus komm' nochmal rein mach das und bring' mir mein oh, ein Zeug warum bin ich gestorben? ich war gar nicht im Spiel drin äh äh von einem Zombie erschlagen äh super ich kann auch nicht mehr oh, Zombie mit Schwert ah Alex da hat ein Zombie dein Schwert ja, ich war grad irgendwie gar nicht im Spiel drin ach, Herr Janis so warte mal, wo ist jetzt unser da lang unser was? unser ne aus da unten ah, natürlich hey, Hilfe ah, ah nein super die hört man nicht, wenn die einen an von hinten kommen und ich hab nur so gedacht, hm, gehst du jetzt raus oder gehst du weiter mit nach unten und da hab ich gedacht, nein, du bist ein Kamerad, du gehst mit weiter nach unten mhm, jetzt kann ich das dann zerstören womit man sich was bauen kann, ey so, wo waren jetzt die Sabanen hier unten? da hinten da hinten da sind wir alle wieder auf den Weg zurück ja so, wie kommen wir jetzt da unten in die Schlucht? äh, warum ist einer? unsere da geradeaus, genau oh, ein kleiner Zombie sag mal, geh ich jetzt in die richtige Richtung, geh ich in die falsche Richtung wissen wir nicht? oh, warte, ich hab Lichter verstanden kommt es Born aus, in welche Richtung war das da? ja, zum einmal umdrehen super, einmal umdrehen falsche Richtung